Die Welt steht gerade Kopf. Wo fangen wir an? Superhelden dürfen nicht mehr existieren. Sie brauchen einen Cap. Ja, richtig. Also, wer möchte anfangen? Mr. Barnes, was genau ärgert Sie so an Sim? 15 Sekunden bis Absprung! Wie lautet der Plan? Hey! Na toll. Superhelden dürfen nicht mehr existieren. Ich habe nicht vor, meine Arbeit unvollendet zu lassen. Die Welt steht gerade Kopf. Wo fangen wir an? Buck? Ich habe einen Plan. Ach ja? Welchen denn? Es geht wieder los, ha? Wie Kleiner hat dir den Arsch versucht? Ich habe einen Plan. Sehen Sie? War doch gar nicht so schwer. Okay, was soll das jetzt? Wurde das ein Anstau-Wettbewerb? Jetzt zwinkern Sie endlich. Ich. Herrgott, noch mal. Wie alt sind Sie eigentlich? Untertitelung des ZDF, 2020